so leute und willkommen wieder zum neuen super mario ja mir steckt immer noch dieser dämliche stern in den knochen also er vom folgenden let's play der letzte ja das ist ja mal richtig fies rein kann und dann in der anderen ruhe da unten und dann und 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 Ich glaube die scheiß Rolle, der rollt sich. Pass auf. Halt so langsam aus. Ui! Der hat seinen Schlepper schon wieder. Und wo ist er? Nein! 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 Machen wir nicht die Sonnenkolle. Versuch auf dem Blocks. Aber nicht auf den Blocks gespringen. Nein! Nein! Doch. Das ist doch ein Witz. Nein. Aber jetzt irgendwelche Schaflein-Göne-Papier. Dreh dich! Die Scheiß-Feuerbälle! Scheiße. Ich muss wieder diesen weiten Sprung machen. Ich war doch gar nicht hier. Brrrrrr! Ich hab doch aufwärts zu laufen. Ja? Ich hab doch. Ich hab doch... Jo, geht doch! Jo, da ist schon wieder so ein Drecks, die springen und dann. Guck mal, ob es irgendeiner jetzt das Ding hat. Geht's? In der kannst du auch, glaube ich, in einer da rein. In der hier, glaube ich. Den war es in der Gellen, wahrscheinlich. Ist doch egal, die Talas. Ne, dann war es in der hier. Oh, ne, in der da. Ja. So. Gehen wir da an. Alter, ich bin doch schnell gerannt. Hm. Geht's ruhig sein. Ich bin echt zu doll. Ach, Quatsch. Was mache ich denn da? Einmal? Oh, Alter, du klinge Drecks. So. Oh. Das ist eine wirklich scheiße Talle. Jetzt sind die Fischerblätter. Nein, das war wie ein Ventaler. Aua. In die Rüren kommst du alle nicht rein. Nur in Werderloch. Und der soll der Werderloch. Hm. Und dann an den da ran. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ach, weg doch. Du Pflanzenvieh. Ah, da ist ein Taler. Ja, versuch doch. Was soll denn da hinkommen? Ich frage mich nicht. So. Einfach rüberspringen. Scheiße. Ich bin der Falle. Ja, klar. Ja. Ja, wir sehen uns gleich, wenn ich hier draußen bin. Aber es wird nicht funktionieren. Da habe ich diesen Drecks-Taler. Ich muss mich auch klar sehen. Nein, ich weiß. Das darf doch jetzt nicht einfach mal verraten sein. Oh. Ja. 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 Hat eh keinen Sinn. Dürfen wir noch mal machen. Dürfen wir noch mal machen. Entschuldigung, aber einen Minipilz. So, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, den Minipilz. Was? Dass es da überhaupt kein Beikommen. Oh, fick dich das kleine Dreck zu. Oh, Mann. Nein, da die... Mensch. Komm, du meinst schon. Spül doch mal raus. Oh, Mann. Ist so kackig hier. Warte, dich dreht jetzt den Hals um. Oh, Alter. Das darf doch... Hä? Was ist denn jetzt so los? Was war denn DAT? Na ja, umso besser. Was ist denn jetzt so los? Ich weiß jetzt nicht, was das war. Wieso warten? Bin jetzt aber immer hier halt. Ich hab jetzt irgendwie... Hä? Hä? Warte mal. So, ja. Jetzt ist es richtig. Oh, das ist richtig. Ahhhhh. Nooo. Hat sich eben die ganze Zeit ein Minipilz erfahrt? Wieso? Hm. Wieso denn? Oh und, das ist richtig. Die ganze Zeit nicht mehr. Wieso? Ja, ich weiß, aber mir ist die Zeit nach vorne. Und schüss. Zeit abgelaufen, nicht mit mir. Zeit abgelaufen, nicht mit mir. Nein, 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 nein Oh, Mario Popel. Schon wieder? Mach mal wieder Pause. So, Schwester ist jetzt etwas abgelenkt. Geschafft. Hat es geschafft. Alter. Ich fange dieses Level immer mehr an zu hassen. Diese scheiß Welt. Fange ich immer mehr an zu hassen. Diese Welt. Zwei Türme. Das ist doch bekackt und beschiss und beschlummelt. Hast du jetzt geschafft das Level? Ja. Mit drei Sterne. Und immer noch Miniklein. Ja, ich soll das Level jetzt machen. Oh, Scheiße. Ich habe das nicht hier zu stützen. Ja, selbstverständlich. Speichern. Oh. Was ist denn? Ja. Ein Pilz. Mal mehr an. Ja. Jetzt hat es wieder alles seine Richtigkeit. Da immer. Das sieht mir danach so aus. Das war so sonnenklar. Ihr kleinen Dreckswatzen von Nintendo. Dass er sowas schon wieder abzieht. Na unten. Na unten. Na unten. Wie denn? Ja. Klar. Nach unten. Ja. Hm. 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 Das bringt uns aber herzlich weh nicht. Doch. Die Flammen kriegen wir dadurch nicht weg. Nicht hoch. Ja, lauht über die Flamme. Ohohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Ohohohoho. Ohohoho. Ach, scheiß drauf. Oh, Alter. Ohohohohoho. Ohohohohohoho. Ohohohohohohohohohohohohohoho. Die Hälfte! Halleluja! Dann muss da irgendwo der dritte Taler noch sein. Aber wo? Wo? Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Oh, Alter, Mario! Du riss eigentlich über ein Dach jetzt zum... Alter! Scheiße! Äh? Äh? Ich gehe erst mal durchs Ziel, Peter. Da oben war das bestimmt. Der geht ja nicht hoch, der geht ja nur runter. Ja. Ja, ich weiß. Scheiße! Ich weiß nicht, der ist dumm! Da ist das Drecksvieh! Ich weiß nicht, der ist dumm! 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 Es sieht aber auch geschaffen aus! Jetzt haben wir alle drei jetzt. Ja! Boah! Geschafft! 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 Ja, ist gut! Bleib essen! Noch ein Tor! Was willst du denn? Ich bringe die Blume, aber jetzt mal... So, falls wir den brauchen... Weißer, hier der Scheiß-Turm! Ja, und nehmen wir mal im nächsten Let's Play. Einfach mal fett reinhauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!